Heimweg Heimweg Ich kenne einen Weg nach Haus, Schwer zu gehen und rau, Seinen Wanderer macht er arm und klein Und häßlich und grau. Ich kenne einen Weg nach Haus, Einen Weg, kahl und rein, Als wär die warme Wange gelehnt An unbarmherzigen Stein. Doch wer diesen Stein gefühlt An eisiger Wangenblut, Merkt, wie mild seine Härte ist, Wie treu und fest und gut. Und danken wird er diesem Stein, Der mit Härte liebt Und wird das einzige Kampfspiel preisen, Das wert war seinen Sieg. Heimweg Natürlich ist das ein Heimweg im übertragenen Sinne, Ein Weg zu sich selbst, Zu einem Leben im Einklang mit sich selbst. Ich kenne einen Weg nach Haus, Schwer zu gehen und rau. Dieser Weg zu sich selbst ist, Wie kann es anders sein, Ein schwerer Weg. Seinen Wanderer macht er arm und klein Und häßlich und grau. Reichtum, Größe im Sinne von Bedeutung und Schönheit, All das gilt es auf diesem Weg zu sich selbst zu opfern? Das ist ein so strenges Wort, Daß man sich schon fragt, Was es dann andererseits zu gewinnen gibt. Ich kenne einen Weg nach Haus, Einen Weg kahl und rein. Das, was den Weg kahl macht, Macht ihn auch rein, Also frei von allem, was einen korrumpieren kann. Als wär die warme Wange gelehnt an unbarmherzigen Stein. Ein typisch starkes Bojebild, Der Kontrast zwischen der weichen, warmen Wange Und dem harten, kalten Stein. Doch wer diesen Stein gefühlt an eisiger Wangenblut, Merkt, wie mild seine Härte ist, Wie treu und fest und gut. Die Härte gegen sich selbst, Das Streben nach Wahrhaftigkeit ist also für sich schon der Lohn. Und danken wird er diesem Stein, der mit Härte liebt, Und wird das einzige Kampfspiel preisen, Das wert war seinen Sieg. Alle Siege im Sinne von äußerlichen Lebenserfolgen Sind ihren Kampf also nicht wert, Sondern nur der Sieg, den man im Kampf Um seine eigene Wahrhaftigkeit, Um den Einklang mit sich selbst erringt. Ist das nicht übertriebene Stringe mit sich selbst? Das mag sein, aber auch dieses Gedicht klingt anders, Wenn man es aus der Perspektive eines Menschen liest, Der zwangsläufig und nicht aufgrund einer Willensentscheidung In Konflikt mit gesellschaftlichen Konventionen gerät. Zum Beispiel, wenn man, wie die damals 24-jährige Boje, Seine sexuelle Orientierung nicht im Einklang mit diesen Konventionen leben kann. Das macht es aber auch ganz viel nachvollziehen, wegen der Leibungen zu uns�en, dass die einen Konflikt-Forten mit einem eigenen Konflikt entspannt. Aber hier wäre wahrscheinlich nicht möglich, dass die Konflikt-Forten die Konflikt geben und die Konflikt dazu hat. Und jetzt wählen, dass das Konflikt durchgeführt hat, Nur die Konflikt-Forten mit einem Korin-Kent. Und wieder hier kommen und die Konflikt-Forten bei der Konflikt-Forten wird berührung auflle Mehrheit, wie das Konflikt-Forten und mit einer Konflikt-Forten Untertitelung des ZDF, 2020